Frühlingstag, leckeren Kaffee in der Sonne, trinken im Café, Park spazieren gehen, Fahrrad fahren, Freunde treffen. Was macht denn für Sie eine glückliche Beziehung aus? Eine glückliche Beziehung ist, wenn es einfach ist, wenn man sich nicht so anstrengen muss und wenn man Spaß hat zusammen und viel lacht. Und die Zeit zusammen genießt. Und wie halten Sie sich fit? Ich versuche Sport zu machen, versuche mich gesund zu ernähren, versuche viel draus zu sein. Ich versuche alles. Manchmal schlapp, manchmal nicht, aber ein bisschen von allem.